Der Countdown zum Altar läuft. Neil! Es war ein Junggesellenabschied und keine Sexorgie. Rasant und urkomisch. Ich bin in Schottland. Wie bin ich hierher gekommen? Sag mir das! In einem Helikopter. Wie verhindert man die Hochzeit seines besten Freundes mit seiner Ex-Freundin? Ich will eine tolle Hochzeit mit allem drum und dran. Hast du was von Neil gehört, Gary? Nein. Haben Sie jemals darunter gelitten, dass Sie Felimitat am Pullover tragen? Man hat mich verhaftet. Wieso bist du verrückt? Ich habe nichts angestellt. Nein, wir haben viel Zeit. Hoch, bitte geht's zum Traueraltar. Ja? Ich durfte netterweise bei Ihnen telefonieren. Jetzt habe ich Ihr Auto gestohlen. Ah ja, der Psychopath. Verlassen. Du bist ein Schwein. Das Auto gehört mir nicht. Bedroht. Wenn ich mit dir abgerechnet habe, dann werde ich dich aufhängen. Deine Seele ist vergiftet. Lädiert. Ich könnte schießen. Auch das noch! Du bist ein Lügner, ein Dieb, vielleicht sogar ein Gewalttäter. Ich... Und du wirst sie niemals heiraten können. Und vor allem... Bist du ein lockerer Vogel? Was? Verblüfft. Mit Martin Kloons, Michael Prade, Anna Chancellor, Sylvia Sims, Griff Rees-Jones, Sarah Winman und Virginia McKenna. Ich bin aus London. Das sehe ich. Mad Wedding. Keine Hochzeit und fast ein Todesfall.